Boah, wie die neuen Sekunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fertig? Ach, da kommen wir aufs Gleiche hinaus. Okay. Ich kann noch einen Screenshot hier machen. Plumm! Ah, dann hat's mir einen Screenshot. Juhu! Und jetzt holt er das Geld und haltet den Raffel-Dobo. Meine Güte, Junge. Nee, 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 nee. Was fehlt denn überhaupt? Vier Gold. Ich raste aus. Wenn es irgendeinem die Vier Gold wegnimmt, kriege ich aber einen Hals. Na? Jetzt warte ich kurz, bis er seine Vier Gold hat. Das ist nämlich der Kollege hier. Da kommt gleich mit einer Schatzruhe raus. So. Na? Wenn ich hier draufklicken und klicken dann auf den da, dann ist es er. Der, der wohl leuchtet. Der mit dem Heiligen Schein. Gut. So, du bist fertig. Gut. Dann kann ich hier wieder anlaufen. Meine Fressie, du. Bro, der 250 Gold für das Getreide fällt. Meine Güte. Ähm. Ähm, 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 ähm. Wie machen wir das am intelligentesten jetzt? Dankeschön. Ist fertig. Sehr schön. Hallo? Bescheuert? Boah, das Ding jetzt? Was geht denn hier für ein Film? Wobei, warte mal. Nee, 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 nee. Lass mal. Das ist sinnlos. Äh, dann machst du mir lieber nochmal das hier. Ach, nee. Also, echt jetzt? Nee, jetzt hätte ich auf die Nähe heransetzen können. Lass mal mal so. Vielleicht wollte ich auch später einen Doppelweg. Dass da mehr Verkehr herrschen kann. Sehen wir dann. Bauen wir jetzt mal dich nochmal. Dass wir ein paar Einwohner mehr haben. Einerseits auch eine Geldproduktion. Nahrungsversorgung sieht hoffentlich noch gut aus. Äh. Böp, 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 böp. Das war hier. Warte mal. Nahrung 100%. Was haben wir auf Lager? 23, 26. Weil bis das Gebäude jetzt fertig ist und alles. Das kriegen wir so schnell nicht mehr fertig vom Herbst. Dann bauen wir dich einmal. Das ist gut. Und dann würde ich aber sogar noch. Da oben nochmal eine Fische. Ich würde kurz hinklatschen. Dass sie sich erstmal von Fisch ernähren. Das geht relativ schnell. Und ist günstig. Mit dazu. Warum nicht dahin? Fällt mir fast besser, ne? Jetzt noch ein bisschen rüber. Was? Wie? So. Ne, geht nur da hin. Gut. Dann machen wir es halt so. Zack. Zack. Weil Wohngebiet habe ich immer eigentlich recht gern, dass man da im Moskoll so klack, 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 durch. Kaufen kann. Einsammeln. Das wurde ich gesucht. So. Was macht das von da? Ich habe kein Geld dafür. Gut. Okay. Ich bin arm. So. Wir haben ein kleines Kurs an in der Bude. Läuft. So ein Scheiß, du. Was können wir eigentlich noch bauen? Ah, das läuft nicht weiter. Das passiert sich. Schade. Äh, was ist das? Spezialgebäude. Werkzeugschmied und Bergwerk. Ah, 2000. Alter Vater. Ist aber ein teures Bastio. Ah, das Getreidefell bräuchte man noch. Kräuter könnte man so anbauen. Brauchen wir trotzdem eigentlich einen Bauernhof dafür. Sonst kümmert sich da keiner drum. Und hier können wir noch eine Kirche machen. Kostet aber, glaube ich, richtig Asche. Fünf Werkzeuge. Da können wir aber auch Glockenspielchen machen. Dann wieder Steuern einsammeln. Zusätzlich. Wäre vielleicht der nächste Punkt sogar. Von den Sinseln zufrieden. Da wollen sie eine Religion haben. Oh, wir beten etwas Fiktives an. Lass uns mitmachen. Und das hier sind so schöne Eisenminen hier. Und da kann man halt so Eisen fahren und so. Oh, das sieht aber schön aus in der Mission hier. Ja, ich weiß, dass die Taler brauchen. Soll ich die auskacken oder was? Halt die Schnauze. Mann. Der nervt. Was geht bei dir da oben ab? Nein, das ist... Hallo? Ich will den Baum nicht anklicken. Geh weg. Ich will das Haus. Jetzt. Oh. Kann ich mal nicht ins Gebäude da ran? Danke. Ah, vier Leder. Zwei Fleisch. 52 Tiere noch. Ah ja, das passt. Das ist okay. Ja, ich kann nichts machen, mein Freund. Die brauchen... Oh, die sind gleich fertig. Krieg's gleich was. Sekunde. So. Die Schnauze, das brauchen wir noch. Oh Gott. Viel zu viel. Viel zu viel. Viel zu viel. Äh, die brauchen auch noch Geld dafür. Ich glaube auch noch Wurst herstellen, oder? Ging das nicht? Doch, Wurst. Dafür brauchen wir Schweine. Die brauchen wiederum Getreide. Das ist ein schöner Kreislauf, ne? Ihr merkt's gerade. Aber die Holzfällerhütten... Also die da oben wird's wahrscheinlich stehen bleiben. Nur die da unten, die wird wahrscheinlich mit der Zeit weichen müssen. Auch der Weg hier gefällt mir eigentlich gerade gar nicht. Naja, hätte man besser bauen können. Eigentlich hier so rüber gerade. Aber es geht nicht, ne? So eckig halt, ne? Weil dann kann man nicht auch sauber bauen. Weil das ist halt wieder so ein totes Stück hier. Mag vielleicht schön aussehen, aber es wird von Arsch. Haaaah. Wechselt das nur dem Dings über? Zum Herbst? Zum Winter? Kann das sein? Fühlst du mir zum Willkommen heißen? Wir geben jetzt mal ein bisschen Gas hier. Hopp, 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 hopp. Schafft mal was. Ja, ich weiß, ihr braucht einen Taler. Hier. Los, hol sie. La, 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 la. Wir haben's gleich. Ja, 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 ja. Ich weiß, ihr braucht einen Taler. Wir wollen gehen, wir wollen gehen, wir wollen gehen, Mann. Für was denn? Ich seh da nix vergoldenes dran an den ganzen Gebäuden hier, du. Echt. Ei, 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 du. Die Leute, du. Nein, nein, nein. Ähm. Wie siehst du eigentlich jetzt mit Holz aus? So, soll man Holz auf Lager? 40. Nein, nein, nein. Das ist okay. Das ist gut soweit. Was brauchen wir eigentlich noch? Boah, schon noch viel. Was brauchst du noch? Oh, sehr viel. Ja, am Anfang ist man ein bisschen langwierig, bis man da so ein bisschen mehr vorwärtskommt. Das dauert doch mal ein kleines bisschen. Ja, oh. Ja, los, hopp, hol dir Geld. Jetzt noch mehr. Die anderen kommen auch gleich. 19. 18. So, fünffache Geschwindigkeit. So. Oh, wir brauchen einen Taler, brauchen einen Taler, brauchen einen Taler. Könnt ihr euch das nicht mal aufteilen, dass erst mal der eine was holt? Und der eine was fertig macht, wo wir versuchen, alles synchron zu abarbeiten. Du machst jetzt mal hier... Nein, das wollte ich nicht. Du machst jetzt mal Pause an der Bude, du meine Fresse. Ich muss jetzt ein Haus fertig werden. Gott, 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 Gott. So. Wenn jetzt ein wenig anderes Geld braucht, dann kriegt er aus dem Maul. Handel oder steigere deine Steuern? Ja, das mit dem Handel würde ich gerne noch machen. An der Marktplatz kostet Geld. Ja, wat denn? Boah. Wie sieht das mit euch aus? Wir hoffen auch gleich Geld ab. Äh, 248. Oh Mann, mein Phone Level Up, definitiv. Was ist das? Ach, da kommt ins Menü rein. Okay. Spann ich mal kurz. Feuer. Ja, zum Glück gibt es die Vorspielfunktion. Da habe ich damals immer Stunden vor dem iPad gehört und habe gewartet, gewartet. Also Stunden, aber lange. Insgesamt waren es bestimmt Stunden. Als Japan einer. Karte bestimmt schon. Oh Gott, keine Ahnung. Lang, lang gespielt. So, wie sieht es jetzt hier aus? Ey, das reicht nicht. Oh nein. Wart, wart, warte, warte, warte. Hier ist Gold, hier ist Gold, hier ist Gold, hier ist Gold. 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 Hier ist ein 3,30 Mann. Wo ist der Freak? Hallo? Wo ist denn der Arbeiter? Ja, Tag- und Nachtzug leben wir noch, geil. Aber ich finde es cool, dass sie es echt hinbekommen haben, jetzt eine gescheite Portierung von einem Tablet-Spiel auf dem PC zu bringen. Es funktioniert ja. Es wäre doch nicht so schwer zu sein. Jetzt hopp. Los, mach fertig. Mach fertig. So, jetzt darfst du weitermachen. So, haben wir dich. Da ist der Förster. Du hast noch zu jagen, hoffe ich. Könnte auch allerdings mal sein, dass uns die Tierleys ausgehen, ne? Ach, jetzt. Es sind zum Beispiel noch 19. Ich glaube, weil es jetzt in Richtung Winter geht. Oh, der hat extrem viel gejagt. Das kann natürlich auch sein, wobei das doof wäre. Die holen sich aber auch wieder. Man kann aber auch Schwein, kann man glaube ich entscheiden, ob man da Wurst draus macht. Das wäre aber nur für die Krieger gut. Für die Soldaten. Oder halt Fleisch. Das sind für die Bürger da. So. Wir können keinen Weg bauen. Ich möchte die Grunddinger da nicht rausklatschen, weil man soll ja auch sehen, dass es ohne geht. Es geht auch ohne. Es braucht noch ein bisschen Zeit. Das ist halt so ein kleiner Zusatzboost. Aber wollen wir uns aufheben? Gibt es schon später noch Sachen, wo wir uns noch brauchen können. So, jetzt sind wir gleich fertig. Ab, ab, mach mal. Ich freue mich schon. Oder brauchst du noch... Oh, der braucht noch Gold. Schnarch. Junge, da ist noch 22 in der... Da waren mal 22 in der Goldkammer. Oh, Zufriedenheit 69. Das gefällt mir nicht. Was? Warte mal. Was? Wieso? Was stimmt denn? Ihr habt doch Essen, ihr habt Trinken. Zustand der Wohnhäuser ist 100%. Habt ihr noch eine Dekoration? Alter! Ja! 21! Hier liegen... Da liegen... Zwei Ausdauer dringend... Und ein Heiltrank rum. Und Dixi-Klo. Weil da sind einmal mit Fischen drin. Und da liegen Trauben rum. Und ein Schild sogar, dass irgendjemand von euch gesucht wird. Top! Mehr Deko gibt es nicht. Meine Fresse. Kines. Ah, ich würde das gern brauchen, aber es lohnt sich jetzt nämlich gleich Winter. Und zwar in 3, 2, 1, und... Hö? Ah, jetzt? Da ist er doch. Wenn du die Stirn so hoch einstellst, werden die Townies unglücklich und können sogar ihre Arbeit verweigern. Wenn du ihnen allerdings einige Wünsche füllst, sind sie bereit, mal schön zu zahlen. Tada! Deswegen war das jetzt von Arsch. Wir können es allerdings ins Winter trotzdem bauen. Ausbauen vollends, damit wir die Möglichkeit haben, gleich direkt im Frühling loszulegen, ne? Das war halt der Vorteil. Ich hoffe, jetzt hat genügend Goldarbeiter da hält. Ich glaube, da verarbeitet das Gold. Das war aber so. Ah, gut. Gute Kettel, vielleicht bezahlt werden. Das könnte gut sein, ne? Das könnte ich mir gut vorstellen, zumindest. So, also, das ist das rechtliche Gold. Was war dann für eine Meldung? Ja, ja. Ähm, wie sieht's denn holztechnisch gerade aus? 88. Ja, dann schmeißen wir das Werk hier doch mal wieder an. So. Dass sie Beschäftigung haben. Der ist am Rumsuchen. Das ist okay. Der da oben ist auch am bauen. Wir können was machen. Das ist gut. Jetzt will ich warten, bis der fertig ist und soll sie das bauen. Oder kann man auch was anderes gerade bauen? Marktplatz. Was kostet der? Boah, 750. Alter Schwede. Vorher bräuchten wir aber noch eine Mine, wegen Stein. 200. Ja, das passt. Und die bauen wir jetzt aber, wie ihr seht, ne? Es wird uns überall angezeigt, wo es ja Gold hat und anderes Zeug und Eisen halt. Und Stein kann man allgemein immer abbauen. Und es geht. So, die setzen wir jetzt aber genau dahin. Weiner ist nicht der Weg kürzer bis zum eigentlichen Lager. Das war dieses hier. De, 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 de. De, 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 de. De, 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 hi, die schnauze. Ich baue noch bald ne Kirche. Man kann sie da steuern sagen, also spenden für die Kirche. Die einen Schrank gehen, wouah. Wobei kann man nicht fast schon machen? Äh, wo ist die Kirche? Warten mal, die hier oben. Da, ja. 650. Ja, komm, hau rein. So, hier, heilige Kirche. Nein, das brauche ich leider noch ein bisschen. Und du wirst jetzt auch nicht fertig, weil wir brauchen Essen. Wir haben hier mal Townies. Ansonsten wird es langsam eng. Juhu, I like to ball stuff. Errungenschaft freigeschalten, yay. Der braucht jetzt nur noch einen Haufen Gold. Genau wie der hier. Ihr müsst mehr Sternen zahlen. Oh, das sieht aber ganz schlecht aus mit den Sternen. Okay, wir könnten die ein bisschen senken, dass ihr ein bisschen glücklicher seid. So ist es doch okay, 85 Produktivität. Gefällt mir jetzt nicht ganz. Wir brauchen definitiv eine Kirche. Man, sonst sind wir am Arsch. Dann kommen die Sterne der Höhe, dann kriegen wir kein Geld rein. Dann können wir so dann zweimal Steuern erhöhen. Da, da, gib doch mal Gas. Bau mal schneller Häusileins. Dam, ba, dam, bam. Ja, ich kann nichts machen. Musst ja warten. Kriegst gleich Geld. Sobald irgendwas aufploppt. Hier zum Beispiel. Zack, zack. Zack. Wo noch? Oh, und dann fehlt Stein. Wenn das so ist, dann machst du Pause. Dann musst du dich jetzt gedulden, mein Freund. Ich weiß, wie sie sich Baustelle-Taler benötigt. Was soll ich denn machen? Da hat's welche. Hol' er sie. Und? Nicht so einen Knochen, du. Ah, zwei Minuten fünf nach. Ah, mir schlägt mal wieder. Es ist schön, dass wir das jetzt machen können. Dann geht's ein bisschen schneller vorwärts. Jetzt müsste ich hier mehr irgendwelche Themen überlegen, was wir reden können. Also, einfach hatten sie definitiv nicht im Mittelalter zu der Zeit. Definitiv nein. Weil man es jetzt gesundheitlich betraf, konnte sich kein Schwein leisten. Bis damals, sag ich mal, glaub ein König oder ein Kaiser was auf die Idee kam. Sozusagen so, hey, ich führe eine Krankenversicherung ein. Einfach aus dem Hintergrund. Ihr zahlt ein bisschen mehr oder weniger Steuern. Dafür war es in Krankenversicherungsbeiträge rein. Und, äh, war gleich. Oder müsst ihr was zahlen. Irgendwie so. Und hat dann den Vorteil, dass ihr dann auch versorgt werdet von der aus. Sein Hintergrund war nicht so, wohl zum Wohl des Volkes. Ja, okay, indirekt vielleicht schon. Aber, ähm, Hintergrund war eigentlich dieser, wenn die nicht arbeiten, können sie kein Geld verdienen. Wenn sie kein Geld verdienen, können sie keine Steuern zahlen. Hm, that's a problem. Und wenn, äh, wenn sie keine Steuern zahlen, hat er somit auch kein Geld. Schlussfolgernd, dachte sich der meine, der Hintergrund zumindest weiß, hat er ein guter Geschäftsmann, das kann man sehen, wie man möchte. Ähm, und hat dann gesagt so, hey, wisst du was, hast du noch mal eine Krankenversicherung in der Hinsicht und dann passt das Ganze ja wieder mit uns. Na? Baustelle benötigt, Hala. Hier hat's. So, als hieß es, kommt die Kirche dran. Und da gibt's dann erstmal Steine. So, weil die müsste jetzt fertig sein. Machen wir noch kurz einen Weg. Sup. So. Was? Es verarscht mich doch nicht. Daran scheitert's jetzt. Oh, Mann. Geht jetzt ein bisschen schneller. Ich brauch die Kuhle. Und das war eigentlich die Geschichte der Krankenversicherung. Ich weiß nur nicht mehr, wer das war. Ja, 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 ja. Wir haben hier was. So, was haben wir freigeschalten? So, was soll der Wachtturm? Nein, mehr Steuern. Geringe Reparaturkosten. Das kostet aber, glaub ich, Geld und sowas, ne? Das haben wir nicht. Müssen wir nicht sammeln, oder? 23 Euro ausgeben. Nein, mach ich aber nicht. Nein, nein, nein. Ich wär erstmal für mehr Steuern. Ja, doch, mehr Steuern. Mehr Steuern hört sich doch toll an. Beim Gegenzug haben wir dann wieder mehr Geld. Und die Stufe bleibt auch vorhanden. Das heißt, auch wenn man mehrere Spielstände macht. Das heißt, man kann sie so im Grunde ein richtig schön aufbauen. Hat's natürlich dann im nächsten Spielstand natürlich weitaus leichter. So, jetzt würde ich aber trotzdem kurz einen Weg hinbauen, weil auf die paar Meter kommt's nicht wirklich drauf an. Ja, eine Winzerei kann man bauen, ich weiß. Habe ich später auch vor. Machen hier alle uns zu Alkoholikern. Ich seh's kaum mehr. Hä? Hallo? Ah, jetzt. Und hier. Immer da auf den Punkt, auf den unteren klicken, nicht auf die Pfeile. So. So, Feuer. Jetzt können wir hier draufklicken. Jetzt kann er Eisen abbauen oder Stein. Ich bin für Stein. Oder er macht gar nichts. Erstmal Stein. Eisen brauchen wir erstmal nicht. Und die brauchen auch richtig viel Kohle. Alles andere hat er. Außer Stein. Da fehlt's noch ein bisschen um Gold halt. Alles in Ordnung. Dann müssen wir uns jetzt langsam beeilen. schon fast, dass wir das aber hier unten fertig kriegen, wenn wir fast lieber sogar... Wobei... Kirche oder dich? Fuck that shit. Machen wir erstmal dichtfertig, komm. Und dann kannst du nochmal... Ach, halt die Fresse. Kannst du nochmal pausieren. Wird das unten fertig gebaut. Im Gegenzug, wenn das fertig ist, brauchen wir nochmal eine Hütte, dass unsere Townsvents vorwärts kommen. Dafür brauchen wir schon ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Da brauchen wir noch ein bisschen Gold. Da brauchen wir dann gleich nochmal eine Hütte hin, ne? Und nochmal Gold. Los, 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 los. Wer hat nochmal... Will noch nicht. Also wie gesagt, das macht Spaß. Gibt's aktuell gerade auf Steam. Ist jetzt, glaube ich, heute sogar rausgekommen. Am 1. Dezember war's. Genau, richtig. So, wie sieht's denn bei dir aus, mein Freund? 32. Ja, den lasse ich mal noch fertig arbeiten. Später, wenn das Ganze ein bisschen ausgeglichen ist, werden wir dann natürlich mehr Geld verdienen können, noch Steuern einnehmen können. Dann passt das Ganze auch. Jetzt weiß ich nicht, wie zufrieden die sind. Äh, ja, ich würde es aber ganz so lassen. Es ist wenig Steuern gerade, ich weiß. Äh, 67. So, lassen wir es mal. Ein bisschen mehr brauchen wir. Es ist einfach nicht einfach. Später ist es ein Selbstläufer. Kinder, es ist brutal. Müsst ihr ein bisschen taktisch vorgehen. Ich habe jetzt einen kleinen Fehler gemacht. Ich hätte erst ein Wohnhaus bauen sollen, dann nochmal einen Holzfäller. Und das ein bisschen aufbauen, dass ein paar Einwohner mehr haben. Und dann eine Sägemühle. Die Sägemühle kann man eigentlich, apropos Sägemühle, warte mal. Kann ich nicht mehr pausieren. Wie viel Holz, wie viel Brenn haben wir? 64? Äh, nee, ist okay. Später brauchen wir einige. Wir können auch dann noch ein Herbbau und der natürlich auch noch ein Gebäude nachschaut, dass die instant bleiben. So, was fehlt denn hier noch? Ah, fehlt noch ein bisschen was. Ein Bretter, ja gut, das kann man erstmal holen. Essen können wir auch mal kurz schauen. Was sieht, wie sieht es da aus? Fleisch haben wir, Fisch haben wir, das ist gut. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020